Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute haben wir einen Special Guest dabei, Hubanito. Was's up? Jan, alles klar? Gut, gut, Janik, erzähl mal was machen wir heute? Also heute werden wir einige Übungen mit dir machen. Wir sehen, was es da so gibt. Machen etwas mit der Laufleiter, Passübungen und dann auch noch etwas für den Abschluss. Okay, klingt gut. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Let's go, allez! Gib. Ja, gut, du encant. Undo! Drei oder andere Tilen? Vi hat ihn gesehen. Du bist Kopp. Du hast, du foram. Wenn du hast, komm, 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 komm! Du hast. Du hast eine kleine Tile. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ja, gut! Tren! 2 2 3 4 1 2 3 5 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 6 6 4 3 5 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 6 5 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 6 6 6 6 6 7 8 8 9 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 8 9 9 7 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 16 16 16 19 19 20 Auch diese Schulterblicke fand ich richtig durchdacht. Also Leute, falls ihr Bock habt, so ein Training zu machen, checkt mit den zwei Jungs ab hier aus der Schweiz. Das wird supportet, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich weiß nicht. Falls ihr Bock habt und ein paar mich noch nicht können, könnt ihr gerne vorbeigucken. Aber ansonsten abonniert die zwei Jungs, Glock aktivieren, checkt ihre Trainingspläne ab. Wir sehen uns, oder? Genau, sehr schön. Danke fürs Feedback. Danke und bis dann. Ciao. Tschüss.